Die Beipackzettel bei den Medikamenten. Wie schön wäre es, wenn es sowas auch für die Märkte gäbe. Wenn man auf einem kleinen Zettelchen sehen könnte, wie wendet man das jeweilige Instrument an in der aktuellen Marktsituation und was bewirkt das Ganze? Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre. Mich haben viele Fragen erreicht. Wie geht man denn ran an den Markt? Mit welchen Hilfsmitteln? Welche Informationen braucht man dazu? So die Nebenwirkungen und Risiken in den Märkten beispielsweise, aber auch ein paar Titel, die ihr euch gewünscht habt. Also Grund genug, dass wir uns das mal genauer angucken. Das wollen wir diese Woche machen, wie jeden Mittwochabend, so auch diese Woche um 18.30 Uhr in der BMP Paribabon Akademie. Ich will gerne eure Fragen dazu beantworten, so gut es geht. Euer Beipackzettel sein sozusagen. Und dann wollen wir mal schauen, was sich daraus lesen lässt. Und wir werden das Ganze am Live-Chart vornehmen. Das heißt, wir gucken uns auch an, wie die aktuelle Situation aussieht. Ob wir vielleicht an der einen Stelle oder an der anderen drücken oder pushen müssen, ziehen oder was weiß ich. Sprich, long oder short. Wir gucken uns das Ganze an. Seid also unbedingt mit dabei. www.bornakademie.de Ich freue mich auf euch. Also wer dieses System erfunden hat, die kriegt man nie wieder so zusammen, wie sie mal waren.